Ladies and gentlemen, Silent Tail 2. So, ich habe, ja, ich habe im Raum 208, äh, 4, habe ich etwas übersehen. Ist ja sehr, ich meine, unübersichtlich, dieses Spiel. Ne, ich habe, hier, guck mal, da kann man reingehen. Das habe ich übersehen. Ich habe diesen Boss, äh, Boss, diesen Gegner getötet und da kann man den Schlüssel holen. Anscheinend. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ich habe den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Juhu. Das ist super. Endlich. Jetzt können wir zum Aufzug, äh, ja, können wir zum Aufzug weiter gehen. Anscheinend. Ja, ich soll alles erkunden, aber ich habe doch schon alles erkundet, wie man sieht. Habe ich doch schon. Höchstens, ich könnte nochmal zurück und dann die, diese Aschenputtel-Spieldose laufen lassen. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich das muss, soll. So, wir haben doch alles schon angeschaut. Außer, ich könnte hochgehen. Nach oben. Mal gucken, was da unten ist. Ah, okay, Manfred. So, gehen wir mal zum Aufzug. Bist du sicher, dass wir zum Aufzug müssen? Das mit der Spieldose, Manfred, was ist damit? Ich drücke auf den Knopf, aber es tut nichts. Okay. Äh, ja, wir haben doch den Schlüssel bekommen. Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Nein, oder? Ich dachte, es geht. Ja, wo willst du den Schlüssel benutzen? Ja. Geht nicht. Pech gehabt. Na toll. Und ich habe gedacht, da geht es weiter. Was ist da? Da links. Oh, ich habe es geöffnet gerade. Oh, oh. Aber es ist schon ein dunkles Spiel, oder? Ich meine, so richtig dunkel. Oh, speichern. Oh, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Zum Glück springen wir auf normal. Und es ist trotzdem genug schwer. Also, muss nicht noch schwerer sein. Ich bin zufrieden, so. So, gesundheits-trink. Trink, trink. Trink, trink. Was ist das? Steht? Hier hängen einige Notizen, aber es steht nichts Interessantes drauf. Was ist das? Kann man das schieben, oder was? Hat so ausgesehen, irgendwie. Na? Das Regal ist leer. Aha. Jetzt kommt das. Im Aufzug. Schild. Oh. Was ist das? Ach, diesen Schild, ne? Horrorsteuer. Horror. Wo? Schild. Aha. Aha. Über dem Knopf steht, etwas geschrieben. Was ist das? Maximal tragbar ist eine Person. Oh. Okay. Das heißt, ich muss meine Sachen da lassen. Alles da lassen? Oder nur die schweren Sachen? Sieht so aus, als könnte ich hier meine Sachen ablegen. Na gut, ich dachte schon, ich muss alle einzeln. Da muss ich alles wirklich auf das Regal lassen. Oder legen. Okay. Ich lasse mal nur die Waffen. Hallo. Willkommen. Wie geht's? Hallo, hallo. Na toll. Ich glaube... Soll ich alles? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Okay. Alles, alles. Ja. Wir müssen... Ja, wieso kann man nicht alles auf einmal machen? Nein. Ich muss leiden. Oh nein, Taschenlampe. Fuck. Oh, scheiße. Oh, oh. Leute. Auch Taschenlampe auch? Nein. Oh nein. Ich muss testen. Ich will es nicht lassen. Oha. La... Scheiß Taschenlampe. Okay. Lass, lass. Mal gucken jetzt, ob ich hochkomme. Und jetzt, wo bin ich überhaupt? Stockwerk 1. Bin ich, ich bin doch schon im Stockwerk 1, oder? Fett, die Sau. Fett, die Sau. Ja. Ich hoffe, wir kommen jetzt da weiter. Stockwerk 1. Ich habe das Gefühl... Nein. Oh. Wo war ich denn? Stockwerk B? Keine Ahnung. Oh, Karte. Oh nein, nicht schon... Und ihr sagt, das Spiel dauert noch eine Stunde? Also, ich verstehe euch nicht. Wo eine Stunde? Guck mal die Karte an. Tschüss. Wo ist die Karte? Naja, okay. Gut. Kein Problem. Kein Problem. No Smoking. Ja, was für ein Problem man hat. Oh, ohne Licht. Schon brutal. Jetzt ist es vorrufen. Ja, ich hoffe, ihr seht noch was. Weil ich sehe kaum was. Oh, mein Gott. Da ist rot. Kann man speichern? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, wie klopft er mich am drücken? Exit. Aha. Nein. Da. Da ist offen wetten. Ja. Ich kenne mich aus. Oh, doch. Oh. Was? Ich habe eine Spieldose. Schneewittchen. Juhu. Äpfel und Kürbisse. Hier sind Teebeutel und Kekse. Bei allen ist das Verfallsdatum abgelaufen. Wo abgelaufen ist? Allah Allah. Was ist das? Hier stehen Dosen mit Safteren. Muffin. Es gibt keinen Grund, sie mit mir herumzutragen. Wer kennt Muffin? Hier gibt es nichts, aber es riecht irgendwie muffig. Muffig. Riecht es muffig? Okay. Okay, gut. Ich glaube, ich habe alles. Ein bisschen herumklicken. Sicher ist sicher. So. Juhu. Na, Exit. Geschlossen. Ich liebe es, wenn es geschlossen ist. Oho. Ah. Warte mal. Kann ich jetzt da rein? Ja. Ja, jetzt ist es komisch, ne? Jetzt kann ich rein mit der Spieldose. Aber vorhin ging es nicht. Warum? Interessant. Egal. Okay. Was ist das? Office. Oha. Offen. Aha. 15 Minuten hat gedauert, bis die Türe sich geöffnet hat. Also, interessante Türe. In den Dokumenten, die auf dem Schreibtisch liegen, steht nichts Nützliches. Warum? Ich verbote hier. Das Schloss ist kaputt und ich kann sie nicht öffnen. Ja, ist kaputt. Dann lass. Was ist das? Schweizer Messer. Oha. Oh. Silent Hill. Das ist... Oha, Video. Videokassette. Wann ich da... Oh mein Gott. Wann habe ich das erzählt? Äh, äh, äh. Ich kann nicht mehr reden. Als ich das letzte Mal gesehen habe, ist... Ich war... Noch ein Mädchen. Nein. Ich meine... Ist schön. Ich habe das Video-Bahn. Juhu. Nimm, nimm. Oha. Was ist das? Oh nein. Ich muss zum Zahnarzt. Ich habe keine Lust. Tammy. Videobahn liegt... Ein Dosenöffner. Okay. Oha. Was ist das für ein Dosenöffner? Interessant. Sieht aus wie eine Capella. Na ja. Gucken wir mal. Capella. Hilfsmittel zum Öffnen von Dosen. Aha. Nein. Von Spieldosen. Nein. Was willst du gucken? Experimentieren. Will ich. Experimento. Wo ist das Licht? Licht. Wo ist das Licht? Keine Taschen. Alter. Ohne Taschenlampe ist es schon ein bisschen dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Na ja gut. Wir haben auch keine Gegner. Zum Glück. Kann man kämpfen? Mit den Fäusten. Okay. Dann besteht keine Gefahr. Tafel. Essenszeit. Hier ist ein Terminkalender. Mit dem Datum von vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ist nicht so lang her. Ist doch nicht so lang her. Ist doch nicht so. Was ist das? Ich habe ein Gewehrpatron. Nimm, nimm. Gratis. Wieso kann ich da? Ey. Ich will Fernsehen schauen. Wo Fernsehen? Kann man? Nein. Dekoration. Das ist... Nein. Wenn schon da ist. Wieso? Läuft nicht. Ich verstehe sowas nicht. Aha. Geschlossen. Boah. Was ist das? Die Fensterläden sind geschlossen. Warte mal. Ah nein. Okay. Ich wollte mit dem Dosenöffner... Ja, egal. Da öffnen, aber zum Glück geht das nicht. War ich da schon? Aha. Oh. Ich habe es gewusst, dass sich das jetzt öffnet. Öff. Bäh. Oha. Oha. Zucker. Natürlich. Natürlich. Bitte mehr. Bitte mehr. Wo gehen diese Füße überall hin? Ich verstehe das nicht. Wo gehe ich? Oha. Was ist das? Ein Bein. Alter. Oh nein. Hä? Wo gehe ich jetzt rein? Zurück. Es ist zu dunkel. Aha. Komm ich da durch? Muss ich da durch? Ich weiß nicht. Schon ein bisschen interessant. Ich kann ja nicht kämpfen. Geh weg. Oho. Oh. Apagat. Oho. Verschlossen. Oh nein. Stirb jetzt nicht. Ich schwöre. Schnell. Na ja. Zum Glück können die keine Türen öffnen. So. Was müssen wir überhaupt machen? Ich schaue alles an. Alles erkunden einfach. Würde ich sagen. Aber danach. Aha. Da ist was. Ich habe den Schlüssel zur Bar. Das ist gut. Jetzt müssen wir wohl zurück. Und dann. Ich glaube wir müssen jetzt alles zurück gehen eigentlich. Aber wenn wir schon da sind. Also ist echt. Oho. Eie. Weg. Geh weg. Was ist das? Drücke auf den Knopf. Was? Passiert nichts. Was ist das? Ach. Die sind so aggressiv. Sind die nicht. Vitamine. Nimm. Nimm. Alkohol. Er trinkt nicht. Na ja. Oh. Paradies. Aber ich glaube ich habe wieder. Guck mal. Bitte liberiert. Und dann hat schon psychische Probleme. Ich verstehe das nicht. Depression. Wo Depression? Aber Waffe. Aha. Scheiße. Ich wollte nicht raus. Scheiß Türen. Oh. Bar. Boah. Mein Lieblingsplatz. Ich fühle mich wie zu Hause. Ist da noch was? Aha. Hier ist eine Dose. Ohne Etikett. Nimm. So. Dann. Dosenöffner. Let's do it. Mal gucken was da drin ist. Eier. Was ist das? Ampullen. Oh. In der Dose waren Glühbirnen. Ah. Glühbirne. Und er nimmt mal eine. Ich habe eine Glühbirne. Juhu. Und dann was macht man damit? Fand sie in einer Dose. In der Küche. Der Bar. Normale Glühbirne. Okay. Schön. Kann ich da noch mehr? Eine Glühbirne. Eine Glühbirnen Dose brauche ich nicht mehr. Warum? Weil du hast schon eine. Ja. Also eine Stunde. Ravioli. Also das Spiel dauert eine Stunde. Ich weiß nicht. Noch so viele Räume. Ich glaube das dauert noch ein bisschen. Ohne Taschenlampe ist es doch unerträglicher. Was? Egal. Auf der Theke ist eine Lampe. Oh Gott hat dich geschickt. Aber die Glühbirne fehlt. Nimm nimm. Ich habe eine. Ich glaube ich muss direkt reinstecken. So. Steck rein. Ich habe die Glühbirne eingeschraubt. Jetzt kannst du es mitnehmen. Nimm. Was ist los? Er nimmt nicht. Ich kann das gar nicht mitnehmen oder was? Oha. Voll die Verrasche. Gelogen ist das. Oder? Ich meine. Wieso kann ich das jetzt nicht mitnehmen? Ich bin. Lass. Ich will nicht. Tamam. Okay. Da ist eine. Ich kann es nicht aussprechen. Jug. Jugbox. Sie spielt nicht. Also muss sie kaputt sein. Willst du flicken? Habe ich was zu reparieren? Vielleicht. Nein. Okay. Ah warte mal. Spieldose habe ich doch. Vielleicht kann ich das reinlegen. Oha. Wo willst du reinlegen? Oh. Ne geht nicht. Gut. Oh. Türe ist offen. Und jetzt. Oha. Wo bin ich? Guck mal. Wo bin ich? also da kann ich jetzt wieder na toll wieso geht das nicht so kann man hier den aufzug nicht benutzen siegt er doppelt man muss leiden deswegen geht nicht warum sonst ich bin so erschrocken noch nie ich bin so erschrocken alter wieso machen die kein geräusch ist einfach vor mir nein ich bin noch nie in meinem leben so erschrocken wie jetzt noch nie alter ich bin in meinem leben noch nie so erschrocken scheiße